Ich habe keinen Video gesehen, der gestorben ist. Hier ist noch ein Schwarzer. Hallo, Schwarz. Eins, zwei, drei sehe ich hier. Das ist dann 90 oder 95. Also 90 oder 95. Keine Ahnung. Was ist da hinten? Ein Alpha Dodo. Wir haben Dillo auf der Brücke. Wir haben was? Dillo auf der Brücke. Wie soll ich denn jetzt da wegkriegen? Dillo auf Brücke. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah. Alphadillo. Oh, Prime Alphadillo. Was ist das? Wohl. Was ist das? Was ist das? was sollt ihr denn jetzt hier trager schon bist du also da hat der kleine wollte ich gerade sagen der folgte nämlich ja mal die alle wechseln so was denn was ist los was los was ist los wie ich unterwegs kreppiert unterwegs der baby getötet oh mein gott direkt unten vor der hütte und an der brücke ist der alpha 10 wieder mein vogel der krepp mit dem jetzt da weg das betöten und war den sporn die ganze zeit kleine aber wenn sie wollen bleiben noch ein bisschen brauchen sie oder scheißen wir in den bodsch und er hat es mehr der lukas da sind wir gedacht weißt du was ist das denn jetzt schon wieder oh ja cool danke schön so bestehen obwohl das Wasser nicht heiß Herbert getötet das ist Herbert getötet? Wieso? Nein, Dillo hat Herbert getötet auf dem Weg Oh nein! Du sagst, berühr nicht das Wasser, ne? Es ist beides tot, die Chantal und du Oh, es ist der Bibi Dillo tot Ich bin ja auch gerade auf Nuss gelaufen, aus Versehen Ich wusste es doch nicht Da bringe ich auf die andere Insel Oh, davor sind ganz viele Haie vertötet Er wird getötet Aber der schwimmt nicht weiter Hey, clever Jetzt kommt er weiter Meine Fresse sind hier Badass-Flieger Ja Ja Deswegen haben wir auch so wenig andere Badass-Flieger Ja, ein paar Badass-Flieger Ja, ein paar Badass-Flieger Ich sehe hier von hier auch schon wieder Badass-Petschi Also ein paar Badass-Flieger sind hier ja schon, ne? Ja, aber nur die ganze Kleingedöns Ich weiß ja, wo geht's denn hier nach Hause? Ja, stimmt Doch da, ne? Doch da, ne? Die Überbrust ist das Falsche Ja, natürlich, das wissen wir doch Die Vulkan-Insel ist Fleischflösser-Insel, das weiß ich noch Ich klinge da so ein Badass-T-Rex oder so Können wir zu haben, ne? Die Dominos-Rex, die Dominos-Rex, ja Der Kano guckt oben raus aus der Hütte Mh, hab ich auch schon gesehen macht sie nicht so lang da muss man doch noch mal stipp an tauchstation frisch luften und so ihre toren dürfen aus dem fenster wahrscheinlich jetzt eigentlich ich bin draußen vor der hütte es ist ja immer noch so ein herbert zusammen zu kriegen wird das alles nicht so recht er hat klein hast du mal auf die veranda geguckt weiß ich noch nie habe ich noch nie ich meine ich weiß nur dass hier von der tür einer rumläuft den zehn und du beschwerst dich dass die keiner zuhört stehen drei stück draußen auf der veranda ist halt hier ja die brauchst du nur zehn aber ist egal der herbert klub ist das hier der herbert klub klub der toten herbert ich kann gar nichts ich kann gar nichts wie immer wir können jetzt sauer nicht haben bis das fertig ist der herbert Nein, danke. Die sind kalte Drehreste. Ich hab Hunger, ich bestell mir gleich mal was zu essen. Ich hab mir einen schon seit einer Stunde vor. Ja, so eine Viruspitze hätte ich auch. Mhm. Machst du die beiden? Ich mach irgendwie alle drei. Okay, dann brauch ich nicht. Ich könnte immer zwischendurch mal gucken, aber irgendeiner wird schon gleich klappen. Wir haben ja schon wieder alles voll. Das ist doch der Wahnsinn. Wir wollen doch noch mal einen Futtertrog, ne? Das wär echt praktisch. Wir haben einen Futtertrog? Ja. Machst du den oder so? Hä? Und da wo das Geländer rum ist. Fertig. Fertig. Irgendwie muss ich 50 werden. Ja. 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 Wenn du einen Kanu-Sattel hättest. Dafür muss ich 50 werden, wo Utiligenz 50. Ja. Dann knappt ihr den Dodo und... ach ne. Wir haben ja keinen großen Dodo. Kampfdodo. Dann knappt ihr Heiner. Dann reiht ihr mit Heiner los hier. 197er Raptor. Ey, das stirbt mir ja nicht, das macht. Dann lass ich lieber. Ja, dann soll Chris hat Level gehen. Hm. 197er Raptor. Komm mal her du. Ja. Ja, wir brauchen einen Susser oder so. Ich hab den Heiner-Glassik. Ich hab den Heiner-Glassik. Handschellen für Daten. Ja. 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 идaus verdurrt gleich draußen vor den Türen. Chris hat alles getötet. Ich weiß nicht von welcher Tür ihr das haben wollt. Deswegen hab ich's erstmal da rein. Hm. gut sauer sind alle oben ok wieso schaut der Kano durch die Decke? weil es kann wenn wir 50 werden, wer wird nicht wo mit? wer gibt die Finger eigentlich so beschwerten Lernstall Carlos? Wo ist denn jetzt schon wieder der Uni mit dem Robtoon? Draußen im Wald! Draußen im Wald, da kommt der Heer, er muss... Komm, der Bett ist ja hier. Der ist eher nicht so freck, ist im Stand. Der ist die ganze Zeit schon da, glaub ich, oder nicht? Ich bin vor 5 Minuten losgerissen. Wollen wir denn die Bären? Der ist ja süß. Du bist auch süß, Alter, ehrlich. Du weißt doch gar nicht, worum es geht, Alter. Ich sag's einfach so. Was? Ich... Ja. Nein. Vielleicht. Nein? Was bist du für Anna? Ja. Ah, ein Spike 90 kriegen wir. Hahaha. Ich wüsste, wo du wärst, ne? Mit die F-Armen-Aption. Aber das ist so nervig, dass die Tami wieder so weit runter geht von... Ach so, ja, warte, dann... Also ich packe schon mal F-Armen. Also ich packe schon mal F-Armen. Also ich packe schon mal F-Armen. Da sind wir ja da, wo keine Bäume mehr sind, ne? Ja. Irgendwo an der Stelle findest, wo kaum Bäume sind, nämlich gar keine. Da, wo wir... Hahaha. Grundsätzliches. Grundgesetz. Da, wo das Holz eine Metamorphose durchlegt hat. Äh... Für die Nachricht? Ach, ja. Die braucht sich ja mal richtig geil aus. Ich wollte zum ersten Mal hin. Ach, dauert es gut. Warte mal. Warte mal. Falsch? Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay. So, ich packe jetzt in die Futtertrübel erstmal die ganzen Bären rein, ja? Warte mal. Warte mal. Außer Mario-Bären. Geh nicht. Der Rest ist L-A-T-T-E. Ja. Die Kröte, shoppen wir die? Das war Mod! Die Löwersủ-A-T-E zuheisen, wenn wir die Gone están? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hallo Juba! Läuft aber wirklich kurz. Der Server hat mich geleckt. Aber so richtig. So hier war doch immer noch einer. What the fuck? Ah, der beschmeißt mich ne Scheiße. Oh ja, von diesen ganz kleinen Affen musst du dich fernhalten. Die rufen auch alles in der Umgebung. Rente mir auch noch einer her. Ja, der ist auch recht fix. Alter, der ist relativ schnell. Jetzt hat er glaube ich aufgehört. Ne, jetzt kommt er wieder. Stoff, aber nicht Richtung Basis. Warum rufen der? Bis er dich hat. Jetzt hat er die Schnauze voll. Ja. Nein. Aber das Privataquarium ist ja auch gut geführt, oder? Da unten, das kleine Becken. Da müssen wir doch unbedingt was bauen, dass wir da hinkommen. Da hinten steht sogar ein Kano auf seiner Seite. In rot. Hallo du. Wo bist du hin? Ich brauche doch eben noch mehr. Hier. 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 Wie bekomme ich denn hier die Altvermucke? Hier noch irgendwas. Hallo Kano. Schau nicht aus der Deckel raus. Aber okay. Hier ist ein Stego am Kämpfen. Weil er weiß gegen was. Hier noch irgendwas. Hallo Kano. Schau nicht aus der Deckel raus. Aber okay. Hier ist ein Stego am Kämpfen. 300 etwas. Das heißt der Dings sich dann auch trifft. Oh kein Ding! Hier ist es leer. Hier oben ist ja leicht. Wie kommt der Dingsstelle mit der Dingssatzleutenden oft zu achten? Das stimmt. Hier oben ist erstmalig. Hier oben ist! Wie kommt der Dingsspot? Opa! Wie kommt der Dingsspot? Wie kommt der Dingsspot? Bei dem kann ich das Futter... Premier League Star. Heißt... ne, der heißt doch nicht Carlos, oder? Ich denke, welche Alphafiecher hier? Nein. Welcher heißt Carlos? Einer? Das ist Carlos. Ne, wie heißt... Der kriegt Futter. Wir kriegen alle Futter. WP und Rangojack. Hm? WP. Rangojack. Rangojack. Also, wir kriegen alle Futter. Noch mehr Säcken? Ne. Oh, der kommt mit Kuh zur Hilfe. Möööööö... Und drei Kuh? Mööööö... ... Schweine. Warte, die machen mehr... Der hat da, dass ist der himmel... Der Wannsign die denn sozial? Das sind immer alle Ziele sind sozial... habe ich noch nie gehabt dass die schweine sie verbündet haben aber so was also abgehauen wir sind sonst noch abgehauen aber nicht in der gruppe lachsfarben da ist der alpha dino der alpha dino bei den bronto da siehst du ach da hinten ach du scheiße lass uns nur schnell abhauen das weiß aus das war gar nicht bereit geraten bestimmt eine sonderanfertigung Na? Äh, ja, Wango, wir spielen aufs Center. Auf der Sonne, dumme! Oh, jetzt mit dem Strike schon einmal. Ja, der ist ja nur 50. Nur Elijah. Genau, kann schon gefährlich werden. Das ist aber nicht für ein fast 200er Raptor. Ich? Rampst du die nicht auf? Nein. Du brauchst doch noch ein bisschen Fleisch. Oh, aber da musst du aufpassen. Mein Dilloo kann nicht so viel Gewicht haben. Oh, ein Ice Baby, ein Fire Baby. Jetzt sollten wir die mit der Masse bearbeiten, weil dann kriegen wir mehr War Prime hier draus. Kriegen wir aus den normalerweise, wo auch Prime liegen? Normal nicht. Aus welchen? Aus dem Schwein? Aus dem Schwein. Ne, normalerweise nicht. Das war das... Also bei dem Babyschwein war das das erste Mal, dass wir das gesehen haben. Wollte ich grad sagen. Normalerweise kriegt man da keinen, äh... Normalerweise erst auf Stevo aufwärts. Ja, richtig. Wozu hin? Bleib hier! Aber wir haben Mots drauf. Das ist nicht alles normal. Was auch, da gehst du abwärts, ne? Ah, halt an! Bye, bye! Und ja, der Flugdino ist Fleisch besser. Na, na? Kommt das andere runter? Jetzt kommt die Haie. Mam, 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 lecker! Futter, Futter, mm, mam, mam, Futter, Futter! Einen hat und der war tot. Oh, ey, komm mal, jetzt haben wir euch gefüttert, jetzt gehört ihr uns. Schön, 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 schön. Was bist du für einer? 45, komm her. Ich hab einen Kompass gefunden. Hey! Ich hab einen Kompass mit dem Dino drin. War schon lecker. Ja, wussch. Der Dino muss irgendwann mal so einen Survival-Typen aufgefüttert haben. Ein Bear Grylls wahrscheinlich. Oh, Insekten. Ups. Da kommt noch eines. Oh, da kommt noch ein Käfer. Da kommt noch ein Käfer. Käfer. Oh, noch Käfer. Noch mehr Käfer. Wo ist unser Knabe? Ente. Du stehst in mir. Du stehst in mir. Ja, ich war zuerst hier. Du stehst auf. Seid ihr in euch gegangen? Wir sind in uns gegangen, ja. Ja. Was ich gesehen hab, möchte ich nicht beschreiben. Geh nette Lehre. Da verdichte ich doch drauf. Geh nette Lehre. Gibt's hier noch irgendwas? Du brauchst alles? Was wollt ihr denn eigentlich? Muss ich jetzt doch den Alpha greifen, oder was? Kann ich nicht mehr mit einem Badass machen? Ne. Weil sie hat mir mit Alpha nie Glück. Nicht nach den Bären. Nicht nach den Bären letztes Mal. Oh, Kompi. Ach, was ist denn geflogen? Ach, was ist denn geflogen? Das hast du schon aufgefordert? Ne, doch. Es sind ja noch mehr Kombis für. Fikane. Ja, und dem ist ein Dillo. Das ist ein Ovirator. Ach ne, ein Dillo. Eben nur gewonnen hat, dass der nicht ankam. Oh, Flugtinos die Pflanzenfresser sind. Ich glaube es gibt keine Flugtinos die Pflanzenfresser sind, oder? Ne. Oh, da ist der Affe wieder. Da ist der Affe. Da ist der Affe. Wow, selber Affe. Die fassen alle Fleisch. Ja, das stimmt. Selbst die anderen Vögel da, die fassen Fleisch. Boah, leck. Jetzt wenn die sich durch die Bäume babbeln. Boah, ich kann den Namen jetzt nicht lesen im Chat. Das ist bei mir jetzt so quitschig gelb. Den kann ich jetzt nicht lesen, aber ja, das ist die neue Map. Junior Fisch. Junior Fisch. Junior Fisch. Das ist die neue Map, ja. Das ist die neue Map. Oh, kann ich bei mir wirklich nicht lesen, aber ganz schön krass. Die ist ja nicht so neu, die gab's ja schon als Mutt. Ja, das stimmt, die gab's ja schon als Mutt. Aber jetzt als Deal. I will see. I will see. Was geben wir ihm denn? Was geben wir ihm denn? Gesundheit oder Millie? Wem? Raptor? Dem Raptor. Wir sagen erstmal Gesundheit, ne? Je nachdem wieviel er hat. 1,5. Ja, dann würde ich ihn auf 3.000 Gesundheit auch noch auffuschen, ne? André entsorgt erstmal. Das ist was ich nicht brauche. Weck dann bin ich. Was soll ich mit Beeren? Jetzt aber jetzt nicht den Badass haben. Glauben wir. Kacken wir einen 145er Badass? Du kannst da nicht ein Risiko noch wieder eingehen. Nee. Den sollten wir lieber 10. Ja, das ist nämlich ein Betäubungsvieh. Das wäre ideal. Was ist das denn für ein Badass? Dieses Babyding glaub ich. Ein Tachy! Ein Tachy! Da muss ein Stück nebenher laufen und tamen, oder? Ne, kann man nicht. Ah, natürlich nicht. Wach hier hab ich das auch schon. Der lässt sich natürlich nicht so ziehen. Das ist mal Raptor, oder? Ja, wir sind die ganze Zeit live. Ihr habt doch alles gesehen, was wir gemacht haben. Wollte ich grad sagen. Wir sind ja seitdem wir hier am Anfang live. Live! Live! Ähhhhhhh... Haben wir, haben wir, also Bären hab ich. Hat jemand Narko dabei? Naja, aber kann ich schnell rüberfliegen holen. Aber ich hab auch keinen Betäubungsmittel. Also, ähm, Pfeile oder so. Wie hätte ich. Da müssen ja, da müssen ja normalerweise auch noch Andonaki Pfeile sein, in dem Einschrank. Ach, wie hätte ich. Also Andonaki hab ich 15 Stück, das sollte reichen. Pfeilungsmittel eben holen ist kein Problem, da vorne ist auch. Ja, dann holst du eben Narko. Lass den Burschen mal hier stehen. Der schießt mich bestimmt bis zum Mond. Sicherheit. Der betreibt sich vorher. Hat mal 300 Cent. Das ist ja jetzt schon so. Oh. Kann er mich nicht irgendwo hinstellen? Oh. Doch, ich kann mich da hinstellen. Haha. Oh. Was? Oh, oh was. Ein Herbert ist irgendwie tot. Warum auch immer. War Hunger wahrscheinlich. Nee, die konnte ich ja nicht füttern. Ging nicht. Futteranzeige war... Wir haben heute erst angefangen mit der Karte. Das haben wir alles gerade erst heute so gemacht. Ja, das stimmt. In den letzten fünfeinhalb Stunden. Ja. Ach, hast du die hier dran gehört? Die Sterben dann irgendwann nach einer Zeit. Das ist normal. Okay. Was? Vielleicht werden die Altersschwäche mit dem Alterssystem. Achso. Wer gehört? So, ich fang an. In meinen Server sind die auch gestorben. Wo ich die aufs Dach geschmissen habe und mit 10 Server fast. Daneben. Scheiße, kann ich schon eine Hellung? Okay. Naja, aber der eine, der... Der ist ja schon fast mit 10. Geht ja nur noch einer. Ja, muss halt nur schnell sein. Gar nichts. Ja, das ist ganz schnell. Weil das immer runter droppt die Hungeranzeige, ne? Jetzt. Dadurch droppt halt auch die Taminganzeige runter, ne? Jetzt. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Na komm her, hier. Deiner Scheißer. Auf der anderen Seite. Ah! Fast. Das ist halt. Gleich habe ich ihn. Oh, wie gesagt. Das ist aber in den Fels. Das ist ein echtes Problem. Wenn man beim Teilen. Ah! Komm mal nicht ran. Doch jetzt. Nimm die Nase da raus. Oh, der versteckt sich. Wo ist denn der jetzt? Oh, der hat mich gleich getolkt. Ich kann's ehrlich gleich getolken. Ich kann's ehrlich gleich getolken. Da oben. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Halt abklingt. Hä? Ja. Er liegt. Er liegt. Er liegt. Er liegt. Komm her, Herbert. auf der Seite kommt. Ich wusste aber Bären, ne? Ja. Ja, habe ich hier. Habe ich, habe ich, habe ich. So. Minus kriegt ihr euch. Alter zieht er sich da gerade Bären rein. Na so nicht. Obwohl der fast voll ist. Das heißt, er ist nicht 20 Bären. Für so ein kleines bisschen. Nein, der hab ich irgendwie rausgenommen. 40 Stück. Achso. Feine Pornheck. Deswegen haben wir zum Eich, ich hab wundern. Wir haben jetzt einen Bären weg. Was denn hier ist? Wir haben jetzt einen Bären weg. Ich hab nichts zu essen. Nur deswegen. Ich hab die schnell nochmal wieder 40 Stück rausgenommen. Wie tampt denn den da jetzt? Hast du den? Ich. 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 Ich hab wundern. Ich werde auch tammen. Mal sehen. dann benutzt du einen die ganze Zeit Futter. Rieser. Aber ob Olaf den Baddest Patchy reiten kann? Ja, mit einem Sattel. Ja, du kannst auf jeden Patchy reiten. Wollte ich gerade sagen, gibt es einen Patchy-Sattel? Vielleicht ein bisschen größer wieder als der normale Patchy. Ja, das ist ja egal. So viel größer sah er denn nicht aus. Kann man einen Patchy-Sattel bauen? Ich guck gleich mal nach. Weil ich gelernt habe ich. Ich muss jetzt nur gucken, nur beim Material dafür. Der ist ziemlich am Anfang. Mir fährt nur ein ganz kleines bisschen zum Level. Dann hätte ich Rufe 50 und könnte den Kabel in den Sattel. Vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht reicht der Sattel ja schon. Und ansonsten macht auch Narco-Pfeile. Die bringen auch ein bisschen was. Und die brauchen wir immer. Oh, was geht hier ab? Ja. Kaudi? Jawohl, 50. Gar nicht, Sattel. Das ist sehr schön, sehr schön. Die sage alles höher in der Werkbank. Ach schön, endlich kann ich wieder ein Karte kommen jetzt. Jetzt verliebt. Du hast geklappt. Oh, 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 oh. Fuck you. Oh, was ist das denn geradeaus? Hallo, Yatsui. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Yatsui ist da. So. Oh, da kommt ein Kanu angelaufen. Schön. Ja, Petschi Sattel ist da drin. Hey, super. Dankeschön. Einer mit ein Kanu verheizen. Oh, ich komm mit. Hier, Draga, schwindeln, Raptor sonst. Hey, der Flur gemacht noch ein bisschen. Ich steh jetzt nicht. Da hängt es der Affe damit vor. Letzt von dir ist ein Zwei. Ja, passt bloß auf den scheiß Affen auf. Mal gucken, wieviel Level hat er jetzt überhaupt decken. Äh, 76. Genau. Jetzt können wir den jetzt nicht töten, weil wir den angefangen haben zu tamen. Na doch jetzt. Das willst du noch? Muss warten, bis er wieder aufsteht. Hehehehe. Das ist doch gleich. Ich habe da jetzt keine von dem Level. 76. 77. 77 jetzt. Genau, 70. Nicht hier irgendwo. Vorn ist der Affe. Also in die Richtung geht es schon mal nicht weiter. Der Kletzschweig. Ja. Ja. Unten zum Strand könnt ihr auch nicht auf der Rechtsseite. Da rennt er einfach unten. Ja, stimmt. Da ist der Elite. Ne, das ist ein Alpha. Stimmt, ja. André, Yatsui hat sich geoutet, dass sie weiblich ist und nicht männlich. Oh mein Gott. Oh, wir müssen Oli einsperren. Oli. Oli, fällt denn Oli weg. Haltet Oli zurück. Haltet Oli zurück. Ja, Zui, das hättest du nicht machen dürfen. Ja. Das war ein riesen Fehler. Das war ein riesen Fehler. Haltet bitte eure Geschlechter für euch, weil sonst kommt Oli. Ja, 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 ja. Bitte keine Geschlechter hier in dem Chat machen. Die sind alle neutral. Alle neutral. Die sind alle neutral. Wie die Schweiz. Wie die Schweiz. Alter, haut der einen Narko weg. Das gibt's ja gar nicht. Ey, der frisst das Narko und nicht die Bären. Äh, die weg. Ey, komm hier nicht vorbei. Das ist Kristall. Das ist Kristall. Ja. Ja. Und die Rundumleuchte abmachen. Ja. 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 war super. Toll, wir kommen hier nirgends wo hin. Wir sind überall von diesen Affen eingeschlossen. Hm. Schade. Ja, aber der Affe, der tut doch nichts. Der tut doch sowas. Und wenn du nirgends. Und wenn du nirgends kommst, fängt der an mit Scheiße zu werfen. Und so wie das Affen halb tut. 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 Ja. Selber. Wer die Kokosnuss. Wer die Kokosnuss. Wer die Kokosnuss. Wer die Kokosnuss. Klaus. Ist das so? Ja. Echt denn? Jetzt war das so. Jetzt ist das so. Wenn die zu tief sind, manchmal musst du auch mal rechte Tasse drücken. Dann haut er mit den Kopf zu. Dann kannst du die besser erwischen. Alter, man lernt hier bei uns was. Nee, das geht nicht. Du hast nur über 300 Marco gebracht, ne? Das geht nicht. Man lernt hier nix bei uns. Man darf bei uns nichts lernen. Wir haben hier keinen Bildungsauftrag. Nein, 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 nein. Nicht? Ich dachte wir wären von National Geographic. Vor allem über Kultur. Wie geht das denn? Echt mal. Geht doch nicht. Wahrscheinlich weil sie die Situation gespielt haben. Ja. 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 Und die Kette von rufen, von Civilization V auf National Geographic. So ungefähr. Osten Schäden? Wir haben einen Schäden, wo man noch was leeren kann. Wer bringt, welcher hier in dem Schäden nimmt irgendwie was bei? Das geht nicht, das müssen sofort unterbinden. Ja. Ja. Städtchen. Lass es doch mal. Ich hab den weggeschickt. Ja, keine Städten. Oh. Boop, boop, boop. Ed, und Silv Let's Play. Also sieh die wir auch von allen in Let's Play haben. Sieh das unersetbar. Er ist beim neuen Zivilisation. Richtig. Ja. Ich war ein 6er. Ob der bald. Ende des Jahres. Was? Ente des Jahres? Ente? Quack 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 Qu eingesehen weiß auch nicht wo die sind wenig ja auch nicht die weg doch von Futter musste auf der Nichts vorliegen und gut geht es um ja der ist er da aber bis dahin bis hier vorne als wir haben die eisbilden aktuell ich weiß nicht welches Level der hat aber der Dillow ist noch ein bisschen weiter weg ich möchte mir nicht sagen dass ich ja so jetzt sagt ja kein level an das bei dem bei dem bad ass ja hier liegt gerade eine die haben ja schon wenn alle ist mit da aber das sind aber wenn sie wollen bleiben sie doch ein bisschen brauchen sie oder scheißen sie in den bus hat es mir nicht bewusstlos ist der rosa dommergamer danke für das schaffen wir jetzt hier oder nicht ich hab keine ahnung ich weiß nicht welches level der hat die zeit keine level hat also ich würde es lassen er kann über 100 sein der alpha kommt der alpha dann weg nein der baby ich glaube dass die vorlosen das sind bloß in ruhe dadurch dass du kein level angezeigt bekommt also nicht welches level der hat wenn er dann max level ist aber 180 dann hast du da echt ein problem kurz durchschnaufen ja ich habe noch nicht so viel hartes kraft hier mit dem das mit dem finanzieren antwort 20 jr 2 level hat er er liebt da drüben ist als noch ein bad ass kanu ja das ist der swiss bohsscheiß borde einer hier einfach auf der insel also mal da mal kurz ab checken 65. Habt ihr Nacko und so dabei? Vielleicht gehen wir ihn bewusstlos. Ne, hab ich nicht. 65. Wollen wir zurück welches holen? Oder kaputt machen. Bringt Erfahrung. Bringt gute Erfahrung. Wo kommen wir denn da rüber? Man muss hier einfach rüber gehen. Hier rum gehen. Das ist halt wie ein Hufeisen hier ausgebaut. Richtig. Entschuldet sich gerade die Orientierung ein wenig vor, ob wir gerade nicht sind. Ey, das ist Davids Job. Ne, das ist mit der Orientierung ist mein Job. Wollte ich gerade sagen. Das ist das Einzige, wo ich zuverlässig drin nicht funktioniere. Wollte ich gerade sagen. André ist wie Zorro aus. Ja, richtig. Geh da. Geh rechts lang und André läuft links. Ey, das Ding könnte vorhin sein. Das Ding könnte direkt vorhin sein. Warst du auch Nacko? Boah, es wird zu hell hier. Warst du Nacko? Hast du noch welches? Ne, aber ich kann doch eben welches holen. Was machst du denn hier in so einer Leiter? Oder brauchst du Fleisch? Ich habe 380 Fleisch. Stopp. Also Fleisch brauche ich nicht wirklich. Ein bisschen Nacko wäre nicht schlechter. Wir hauen das Zeug hier weg wie sonst was. Oh, der Affe kommt immer näher. Also dieser komische Affe da vorne. Halt den durch bei dir. Nein. Schaffen wir den nicht? Den großen? Ich weiß nicht welches Level der ist. Schieht man das nicht? Doch, bei dem Affen ja. Der muss weg. Der kommt immer näher Richtung Hütte. Sehr egal. Weißt du nicht. Was macht denn der aus der Scheiße schmeißen? Ach, das ist er. Ich weiß ja nicht, ob das einer von den kleinen ist. Ein Rudel Gigantus läuft bei dir rum. Ja, das ist hier glaube ich auch. Weil wir sind auf der Insel. Das ist so ein ganz kleiner. Wir sind extra hier oben in der nördlichen Insel gespawnt. Hier haben wir relativ Ruhe. Die kannst du eigentlich easy wegschmampeln. Das ist gar nicht so gefährlich. Gerade mit deinem... Richtung Festland oder größeren Insel. Ja, aber das ist glaube ich einer von diesen Level 1 Überfliechern. Der ist nicht Level 1, oder? Nein, der ist nicht Level 1. Der ist groß. 135. Level 1 sind Normalgröße und haben äh... Er ist bewusstlos. Um ihn in Thane? Thane? Ja. Er ist bewusstlos. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Bären oder so dabei. Da fliegt doch eben schnell welche holen. Nacko kannst du eben bei David werden. Doch, da sind noch welche drin. Ah, da sind welche drin. Ah, 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 ah. Und ein bisschen Nacko können wir doch eben bei Olli machen. Kühlschrank sind normale. Äh? Äh, sind die lila Bären. Ich hoffe mal kurz ein bisschen Nacko rein. Ganz kleines bisschen. Das... Das war der aber nicht von eben. Der große Blober. Ich meine den kleinen goldenen. Der kleine goldene denn, der ist da vorne in der anderen Richtung. Den schaffen wir nicht. Mit dem Schmack drauf. Das ist doch so'n... So'n... Das ist doch so'n... Das ist doch so'n Level 1 über Vieh. So'n Level 1 über Vieh, ja. Du meinst den kleinen mit der... Mit der Feuerflamme auf dem Kopf. Ja, genau. Mal gucken, wie hoch der ist. Mit Abschnack. Hast du alles, Nacko und so? Ich hole gerade. Okay. Ich bin gerade unter... Unterweg. Ja, der geht nicht so schnell runter. Das ist easy. Das ist ein normales Vieh, ne? Äh, ne ist, äh, Elite irgendwie so Vieh. Kannst du mir noch ein paar Mio-Berries mitbringen, wenn du zurückkommst? Äh, Mio, Mio, Mio. Futtert denn der Affe auch bei... Die liegen auch noch im Räucherschrank. Ja, ich nehm die noch. Wie bitte? Was sagtest du, André? Der frisst auch Beeren, ne? Der hier. Ja, genau. Ja, ja. Der ist auch schon fast zur Hälfte bis 10. Ach. Cool. So schnell? Ja. Der frisst die Beeren ohne Ende gerade. Cool. Dann haben wir ein F-chen. Nein. Den setze ich mir nicht auf die Schulter. Bahnspruch. Der kommt auf Bahnspruch. Ich bin extra dafür gebaut. Da hab ich dir noch mal reingerichtet. Jo, danke dir. So, braucht ihr denn jetzt auch Narkosemittel? Ja. 5. 4, 5 werden okay. Das wäre aber auch das Maximum, was ich bräuchte. Ich hab beides PS4 und Xbox One. Hier sind noch Xbox One. Ah, super. Und? Da sind wir ja, siehst du schon zur Hälfte gezählen. U3DS und XL, den normalen 3DS. Ja, was du alles hast, das wissen wir, André. Viel interessanter ist, was ich nicht habe. 200 cm Fernseher zum Zocken ist viel zu groß, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Es ist aber viel interessanter, was ich nicht habe, André. Alles davon. Ne? Richtig. Ich weiß doch, Armut ist interessanter als Reichtum. Ja. 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 Immer diese Arme. Anderen finde ich nicht wieder. Bo3 meint er mit, was meint er mit Bo3? Hm? Ich kenne nur das Lied, das Bo. Bo3? Äh. Er weiß jetzt aber auch nicht. Call of Duty? Warte. Nee, ich zock kein Call of Bleh. Achso, Black Ops. Achso, nee. Black Ops. Nein, nein. Das machen wir nicht. Niemals im Leben. Jetzt zock ich lieber Battlefield. Mein Essen kommt mir hoch. Geht du wieder mit deinem Essen. Ja, PS2 habe ich auch noch. Mit sogar Final Fantasy XII. Oh, PS2 war cool. Ja, PS2 war ja andermals auch cool. Die würde ich auch noch immer wiederholen. Aber ich habe leider nur dieses komische PS2 Slim nur noch. Die andere ist kaputt. Ja, die ist kacke. Ich habe hier noch eine Tastatur mit PS2 Anschluss. Reicht das auch? Ja. Ich hatte über 10 Jahre lang die große Dicke im PS2. Die war cool. Die hat echt alles durch. Ja, die hatte ich auch nur. Die ist kaputt. Oh, die große Dicke. Die habe ich aber auch noch. Die große Dicke. Die habe ich nur damals. Ja, tauschen wir. Du kriegst meine große Dicke. Meine kleine kleine. Nee, ich habe die nicht mehr. Ich glaube, ich habe die damals verkauft oder so. Weil ich natürlich... Wie hätte das jetzt auch verkauft? Ich Idiot habe meine umgebauten Playstation 1 damals verkauft. Nee. Oh. Ja, ich hätte... Ich hätte... Ich hätte nur eine kleine schmale Wii hier. Nicht meine Wii U? Nein, nicht meine Wii U. Einfach nur eine Wii. Eine Wii habe ich auch. Die steht mittlerweile nur noch im Glasschrank und Staub vor sich hin. Ich hätte meine PlayStation wohl auch behalten sollen, aber jetzt... Nur eine Wii. Nur eine Wii? Aber noch ein N64, Super Nintendo, Nintendo und... Ah, der N64, ich habe meinen Bruder weggegeben. Der Arsch. Echt? Ich bin froh, dass ich meine noch habe. Ich habe sogar noch... Ich hasse ihn. ...20 Spiele oder 25 Spiele dafür. Wie auch noch. Ich bin so arm. Der Super Nintendo ist in der Familie geblieben. Er hat jetzt keine Schwester. Super Nintendo habe ich auch noch. Sogar mit allen Secret of Mana. 1, Secret of Mana 2, Evermore, Time... Die Metroid Prime. Die Super Mario-Teile. Ich habe diese komischen Rollspieler noch alle mit Lösungsbuch mit Karton. Schnell. 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 Ich habe nichts davon. Ich habe nichts davon. Ja, Konsolen. Ich sammle Nintendo schon ewig. Ich habe gar nichts. Ich bin so arm. Ich hatte erst Nintendo, bevor ich eine PlayStation hatte. Das hatte ich aber alle die auch. Ditto. Ditto. Das hatte ich auch. Nintendo Gameboy. Die und alle Gameboy. Wer hatte die nicht? Ne? Ich glaube es drei oder vier Stücke hatte. Irgendwie hat sich man dort drauf gesetzt und war der Bildschirm kaputt. Ne. Den normalen Gameboy. Dann hat der Gameboy Color. Den hatte ich dann auch dann. Den Gameboy Advance. Die aussieht wie die... Die Playstation Peter oder wie auch immer. Dann den Nachfolger von Gameboy Advance und so weiter. Ich glaube ich hatte fast alles vom Gameboy. Die Frage stelle ich mir auch immer wozu eine Konsole. Ich stehe bei mir mittlerweile seitdem wir streamen immer noch in der Ecke rum. Und stauben wir einen. Ja, weil du wolltest eigentlich die ganze Zeit schon immer mal mit der Konsole streamen. Ja, ich habe auch eine Capture Card gekauft. Ja, aber die nutzt du dich. Die kommen da nicht zu. Das einzige Mal wo die genutzt wurde ist, wo Chris da Bloodborne gespielt hat. Ja. Stimmt, wo Chris da Bloodborne gespielt hat. Wo Chris da Bloodborne gespielt hat. Wo Chris da Bloodborne gespielt hat. Wo du dann auch eingesprungen bist. Ja, obwohl alle gemerkt haben, dass das nicht mehr Chris da ist. Das nicht mehr Chris da ist. Das war auch nicht schwer. Das haben alle geneigt, aber sofort. Das ist genauso die Frage, warum denn Ferrari, wenn man ein normales Auto haben kann. Weil man es haben kann. Ja, richtig. Weil man es kann. Das ist sowieso eine Sache. Ja, genau. Und dann gibt es noch diese Exklusivtitel, die manchmal ja ganz gut sind. Leider in letzter Zeit nicht so oft der Fall ist. Ne, man kann so in letzter Zeit gute Konsolenspiele rausfinden. Naja, es kam schon. Ja, natürlich. Battlefield und überhaupt Shooter kann man eigentlich auch besser auf Konsole spielen, weil es dort weniger Hacker gibt. Ja, natürlich. Aber das ist trotzdem jetzt für mich persönlich kein Grund, mir jetzt eine Konsole zu holen. Zumal ich mir das da sowieso nicht leisten kann. Naja, ich hatte das Kleine und hab mir die dann geholt. Ich hab nur erst die Xbox One geholt und erst zwei Jahre oder anderthalb Jahre später erst eine PS4. Im Endeffekt, für die PS4 gibt es nichts. Ne, hätte ich das klare Geld, dann würde ich mir lieber erst mal einen anständigen Rechner holen. Oh, er ist fertig. Ui, er ist fertig. Obwohl dieses Until Down ja gar nicht so schlecht war, aber leider war es das auch schon für die PS4. Nein, das war nicht schlecht. Ich bleib dein Elfchen, ich bleib dein Elfchen. Ach, du kannst auch reiten? Alter, wie geil. Apu. 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 In die Richtung ist ein Kanon, 65er, so ein grüner. Weiß ich. Weiß ich, den wollen wir mamschen. Wo wollen wir mamschen? Oh, ich kann mir Kacke werfen. Ich kann mir Kacke werfen. Dragas Lebenstraum wurde erfüllt. Also die ganzen Final Fantasy Spiele werden definitiv noch auf PC kommen. Ja, da denke ich auch. Wenn jetzt 10, 10, 2, dann wird auch 12 kommen. 9 ist auch schon rausgekommen auf PC und alles. Denk mal, die werden alle als Remake rausgekommen. Ja, 7 kam ja schon mal als HD, wenn das total schlecht war. Das kommt ja nochmal. Es kommt ja nochmal. Es kommt ja nochmal. Na. Alter, nimm das Ding weg. Aber bring mal den Flug zum Polen weg, dann können wir den Affen unterwegs leben. Boah. Alter, guck mal wie schnell der ist. Alter, guck mal wie der abgeht. Alter, guck mal wie der abgeht. Alter, was war das denn? Und weg ist er. Alter, der geht voll ab. Wuii. Aufgefressen, bisschen in den Mund geflogen. Tut mir leid. Tja, veransprucht ist mein Action. Ich kann es aber auch halten. Der ist aber heiß. Das ist das Graschen. Schade, dass du dich nicht lange behältst. Ja, schade, dass abgefühlt werden wird. Ja. Wir werden jetzt unter Augen weg. Dann können wir... Ey, dein Erfolg jetzt abholen, ne? Und nicht hier. Ich weiß nicht, wir haben ja gerade wieder aus. Hier vorne ist noch ein Patchy. Ja, warte mal eben, bis Tragasch kommt. Pass auf, Tragasch, abholen dir, ne? Wir schmeißen eine Krissart runter. Ey, über die los hier drin. Ja. Dann lauf nicht so weit vor, ich komm gleich nach. Du hast deinen Affen jetzt gerade runtergefallen, ne? Der Affen ist tot. Echt? Oh. Echt? Ich hab noch nicht gelesen. Hast du den jetzt nicht von Folgen weg gemacht? Nein. Ja, ciao. Der ist ja und noch. Der ist ja und noch. Das ist ja... Da ist ja nicht. Der war doch einer gerade drauf und ist doch runtergesprungen. Ah. Ich hab auch ab FF... Ne, ab FF7 doch. Hab ja auch alle ab FF7. Oh Gott. 7, 8, 9, 10, hab ich ja. 7, 8, 9, 10, 10, 2, 13, 13, 2, 13, 3. Ja, ich mein jetzt auch PC, auf Steam, auf Steam. Ja, hab ich doch auch auf Steam. Stimmt, 13 hab ich auch. Stimmt, 13, 13, 2, hab ich auch. 13, 3 fehlt mir noch. Der, der fehlt mir noch. Okay, mach mal ein Wetter. Ja, ich warte ja auf FF15. Ja, warte ja alle drauf. Ist nur mit deutscher Sympro. Aber ich glaube das... Hey, wo bleibt ihr? Oh ja, Entschuldigung. Ich glaube das Spiel wird man Rechner nicht mehr packen. Er soll ja so groß sein wie alle Final Fantasy Teile zu sein. Ja, und deswegen sehe ich auch irgendwo gerade schon so ein bisschen Spaß. Deswegen hast du auch viele Möglichkeiten zu reisen. Du hast dein Auto, ein Luftschiff, ein Schiff. Da ist der Kano. So viele Möglichkeiten. Da ist doch ein normaler Kano dahinter. Oh, oh. Ich will werfen mit Kacke. Alter, der tamet mich gleich. Okay. Wollen wir ihn jetzt tamen oder töten? Der tamet mich gleich. Der bringt Erfahrung, der bringt gute Erfahrung. Das wollen wir mal die einen. Das wollen wir mal die einen. Das wollen wir mal die einen. Ha 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 ha. Entschuldige, ich habe jetzt noch rausgerunden. Ha ha ha. So, mal gucken. Eins. Also der goldene Affe, der ist für sich. Der ist was? Der ist 50. Boah. Der muss mit der Schafbauer. Der kleine goldene Affe ist 50. Der ist die 13 bin ich schwer enttäuscht. Außer, dass es geil ausnah war, da wirklich nicht viel. Vielleicht sollten wir den doch mal versuchen. Wir werden den kleinen Affen. Ja. Ja. Aber nicht mit dem Kano. Da ist ein Kiefer. Schon wieder ein Patchy. Ein grüner. Oh, ich kann mit dem. Ach. Ja, dann töten wir den auch. Tudun. Tudun. Das ist bewusstlos. Das ist der Tod. Boah. Und einen Mini-Affe habe ich hier gefunden. Level 20. Naja. Ja. Ich war doch gerade noch der normale Kano. Wo ist der denn hin? Weiß ich nicht. Abgehauen vielleicht von deiner Macht? Ja, weil wir gesehen haben, dass wir den anderen Kano genommst haben. Das ist abgehauen. Das ist wahrscheinlich da runter gesprungen und gesagt, ne. Der soll lieber mich die Haie fressen. Der hat mir Kacke beworfen. Das ist ja geflohen. Das ist mir Kacke beworfen. Das ist unglaublich. Das ist die Kacke schmeißt, ey. Ganz klein ab muss man mit Bärenfüttern, ne? Ja. Ich glaube ja. Mit Bärenfüttern. Ja, aber da ist der andere. Den müsst ihr ja machen. Den Goldenen. Ich meine, ich muss ja sagen, Freizei 13, ne. Um auf das Thema zurückzukommen, sah ja wirklich gut aus. Also, Cinematic, der haben sie sich... Den kleinen Goldenen kannst du, glaube ich, nicht fördern. Nein, ich den kann. Da haben sie sich richtig übertroffen. Das sah ja richtig gut aus. Ach so. Aber das Spiel war nicht so prall. Weiß nicht. Ich hab's nicht. Freizei 13 hast du da auch gespielt. Keine Fantasy 13? Ja, 13. Außer, dass es gut aussah, war der doch jetzt. 13.2 kann ich ja auch nicht so richtig spielen. Da macht man Rechner schon Probleme. Wo? Einige, einige Final Fantasy sind... Die neue Teile sind... Die neue Teile sind Rechner, die sie reißen, kriegen gerade so um auch. Aber der zweite Teil ist ja noch nicht. Ich glaube noch ein paar kleine Sachen. Oh ja, 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 ja. Da kommt Mama Schulkote. Mama Schulkote. Mama Schulkote. Ich dachte, ihr wollt ihr den Goldenen haben. Alter, was ist das jetzt? Was ist das für eine braune Kacke, die hier ist? Da ist es eher... Alter. Das ist nicht nur mit Kacke gesprüht, sondern mit was anderem. Nehmen wir erstmal Pheromone. Alter, das betäubt mich. Alter, der Krab... Alter... Hier, Babyschildkote. Hier, Babyschildkote. Wenn ich töte keine Babys. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hast du ein Batschi fertig? Ja. Wir sind... Richtung Strand runtergelaufen. Ich würde...